Oh man, was für ein Stress beim Einkaufen. Und was für ein Chaos hier. Noch eine Stunde bis SC. Naja, komm, dann sind wir ferngeguckt, das ist eine Spannung. Oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man. Was für ein Psychi-Show. Aber eine hübsche Geisel haben sie. Zivilcourage. Wir alle kennen dieses Wort seit dem traurigen Vorfall mit Dominik Brunner. Der bei seiner Hilfeaktion sein Leben lassen musste. Wir rufen heute nochmal alle Bürger auf, nicht wegzuschauen und Zivilcourage zu zeigen. Auch sie könnten irgendwann in der Situation sein und von anderen Menschen Hilfe gebrauchen. Heute wollen wir ehren Heinz Heinmüller mit seiner Wurstbraterei auf der Wiesn, der nicht weggesehen hat und Zivilcourage gezeigt hat. Wir ehren ihn mit dem Preis Bürger des Jahres 2010. Von solchen Leuten müsste es mehr geben. Hilfe, ein Dieb, der hat mein Geldmattel geklaut. Ein Dieb! Hilfe, Hilfe, mein Geldmattel ist weg! Ein Dieb, Hilfe, hat mein Geldmattel geklaut! Hey, was haben Sie denn da? Na, ich... Dem armen meinen Geldmattel... Das ist meine! Das ist meine Verrückte, die sind sofort her! Das ist meine Geldmattel, die sind sofort her! Das ist nicht mehr! Das ist sofort her! Was ist hier denn los? Seid! Ja! Schauen Sie, zeig zu, dass du Land gewinnst! Sonst hol ich die Polizei! Hallo, hier ist Ihr Geldbeutel. Ich habe ihn dem Dieb entreißen können und der ist abgehauen und am besten verstauen Sie Ihre Geldbörse nächstes Mal an einem sicheren Ort. Vielen Dank für die Hilfe! Wahnsinn! Das Traum ist schon am helllichten Tag mit blinden Geldbeuten. Fühlen Sie sich frei, frei wie ein Vogel, egal ob oben in der Luft oder unten am Boden. Bei uns haben Sie immer Spaß und Erholung auch. Kommen Sie zu uns! Werbung! Werbung! Sieht allerdings fett aus! Pff, du liebes Tag, es ist um die Uhrzeit. Seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich, dass du die Richtige bist. Deine Augen, dein Duft, dein wunderbares Lächeln verzaubern mich immer wieder aufs Neue. Julia, ich liebe dich über alles und ich will dich nie wieder verlieren. Willst du meine Frau werden? Das hätte mir auch einfallen können. Ja, ich will, Romeo. Mann, so viel Deutsch im Fernsehen. Aber keine Sanisch, wir müssen da entspannen. Ist eh Zeit, ich muss los. Der SC-Aufbau wartet. Nur Stress. Es ist ein acontecer, wenn du dich bist. Du bist bist klar, wirются rein. Wir sind jetzt ein, du bist.